Unter den Opfern der Selbstmordanschläge an diesem Montagmorgen in Kabul ist der Cheffotograf der französischen Agentur AFP, Shah Marei. Der Schock unter den Presseleuten ist groß. Er gehörte zu dem bekanntesten Journalisten in Afghanistan. Der 48-Jährige war Vater von sechs Kindern. Shah Marei berichtete seit zwei Jahrzehnten über die Konflikte und den Krieg in Afghanistan. Zusammen mit dem AFP-Fotografen starben noch acht weitere Journalisten an diesem blutigen Montag in Kabul.